Ein herzlich willkommen und einen wunderschönen Tag. Sie sind euer Games. Ja, wie ihr wisst, kam der Seattle Leon Cup raus 2014. Den will ich euch heute mal vorstellen. Nordschleife-Farmer. Das ist hier mein Zeug. Das sind die ganzen Seattle-Nahmen. Dann wollen wir mal die Farbe wählen. Diese ganzen Farben gibt es hier auszuwählen. Schon schön gemacht. Ich fahr jetzt mal diesen hier mit schwarzen Felgen. Das gefällt mir nicht ganz gut. Wo soll ich denn? Na, da ist er. Den Farmer. Das ganze Rennen, schnelles Rennen. Schadenvolle Leute. Na, da, 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 da. Da, 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 da. F. F. Aber jetzt war ich mein Teil. Verbrauch. F. Und. Und. und 8 uhr stadt noch mal 8 mal bitte so strecke bleibt gegner erst mal der alles hier ganz gerödel natürlich diese hier 24 zur fügung die haben natürlich alle rein maximal an fahrzeugen jetzt hier mit die aries ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020